Buchwörter sind immer sächlich. Hallo meine deutschliebenden Waffenbrüder und Waffenschwestern, heute geht es um Buchwörter. Buchwörter sind immer sächlich. Buchwörter gehören zum abstrakten Wörter. Ihr habt bestimmt schon das Video gesehen, in dem ich über die sächlichen Sinnesgruppen spreche. Falls ihr es noch nicht getan habt, willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Zum sächlichen Genus gehören die folgenden Gruppen. Nach meiner Methode. Abstrakte Wörter, Atomgruppe, einzelne Wortgruppen, die Wörter, die am Ende einen oder zwei Konsonanten haben. Die Gruppe abstrakte Wörter enthält Buchwörter. Zum offiziell anerkannten Sinnesgruppen gehören die folgenden. Kinder, Halbinseln, Länder, hemmische Elemente, hemmische Stoffe, Metalle und Legierungen, Städte, nationale Sprachen und Dialekte, Maßeinheiten, Verkleinerungsformen, wie zum Beispiel ein Tischlein, ein Buchlein, Bruchzahlen, Substantivierte Wörter, Restaurants, Café, Hotels. Buchwörter sind Wörter, die flach sind oder einem Buch ähneln. Selbst zu den Buchwörtern gehören die folgenden. Das Papier, das Buch, das Tuch, auch ein flaches Objekt, das Wörterbuch natürlich, das Heft, das Lexikon, das Bild, das Schild, das Magazin, das Pultar, das Tablett, das Formular, das Poster, das Glossar, das Flipchart, das Pop-up, das Post-it. Die letzten drei Wörter gehören zu der Gruppe der Wörter, die immer sächlich sind, weil sie aus zwei Teilen bestehen. Hier könnt ihr eine Tabelle sehen, wo solche Wörter gesammelt sind. Das Windows, das Window und das Fenster sind auch flache Objekte. Das Label, das Segel, das Kleid, das Kleid. Wieso ist das Kleid ein flaches Objekt? Jedes Kleid war irgendwann nur ein Tuch, also ein flaches Objekt, ein Stück flachen Gewebes. Dasselbe gilt für das Wort das Segel. Deshalb ist das Kleid und auch das Segel immer sächlich. Das Blech, das Board, das Gewand, das Feld ist auch ein flaches Objekt. Das Pad ist auch ein flaches Objekt und das iPad auch natürlich neutral ist, auch zu den Buchwörtern gehört. Das Blatt, das Blatt Papier oder das Blatt, das auf einem Baum wächst, beide sind flache Objekte. Das Geld, auch ein flaches Objekt. Das Lacken, auch ein flaches Objekt. Es ist immer leichter, sich das Genus der Wörter zu merken, wenn wir wissen, dass es bestimmte Sinnesgruppen gibt, zu denen verschiedene Wörter gehören und somit gehören sie auch zu einem bestimmten Genus. Es ist leichter, als wenn wir verschiedene Wörter, die angeblich keinen Zusammenhang miteinander haben, lernen müssten und jedes Mal sich merken müssten oder sich irgendwie ausdenken müssten, wieso dieses oder jenes Wort zu diesem oder zu jenem Genus gehört. Mit meiner Methode muss man es nicht machen. Es gibt nur 22 Buchstaben, auf denen Wörter enden können und alle Konsonanten gehören zum männlichen Genus. A und E gehört zum weiblichen Genus und O gehört zum sächlichen Genus. Also es ist sehr leicht, sich das Genus, die Wörter zu merken, die sozusagen keine Markierung haben, keinen bestimmten Sinn oder keine bestimmte Bedeutung, die uns zeigen könnten, zu welchem Genus das Wort gehört. Außer diesen Buchstaben, auf denen Wörter enden können, gibt es natürlich Sinnesgruppen, die uns zeigen, zum welchen Genus das Wort gehört. In meinen nächsten Videos werde ich versuchen, auch über die sächlichen Sinnesgruppen zu sprechen. Falls du dieses Video gemacht hast, gib mir einen Daumen hoch, abonniere meinen YouTube-Kanal, schreib Kommentare zu diesem Video, teile die Informationen über diesen Kanal mit den Leuten, die für diese Informationen Interesse haben können. Und wie immer wünsche ich dir viel Erfolg mit dem Lernen der deutschen Sprache. Tschüss!